Mein Sohn, seit dem Tage deiner Geburt mochtest du Rätsel und Abenteuer. Du denkst, du hättest in deinem Leben schon alles erlebt und schon einmal gesehen. Doch bedenke, nicht jedes Abenteuer endet so, wie du es erwartest. Ich bin ein Wunder, aber ich bin ein Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020